Musik Mehr Käse, bleibt geschmeidig! Weg mit der Bürokratie! Weg mit der Bürokratie! Alles in Ordnung ist in Ordnung! Es ist mehr Käse, nein! Komm an, es ist mehr Käse, bleibt geschmeidig! Musik Jo Leute, willkommen zur fünften Folge von The War! Hier mit Flan! Äh, hilft! Mit Lama! Moin Moin! 3, 2, 1, rauf! Rauf! Connecting to Server! Hallo! Logging in! Ja, passt, wir sind perfekt! Okay, wollen wir, ich weiß nicht, wollen wir Platz für Flan schaffen? Weil, bauen wir vielleicht weiter oben die Treppe weg? Ich weiß nicht, ob wir das zugebaut haben, ich glaube eher nicht, ich weiß nicht. Ha! 20 Minutes geht die Folge, ja moin! Ich weiß auch nicht, ob wir das zugebaut haben, willst du mal gucken? Ah, nee! Ich weiß ja nicht, wo das ist. Ich weiß ungefähr, wo das war. Ah, ich weiß nicht, Mann. Weißt du was, ich bin so ein Ehrenbruder und mach das mal. Leute, hier ist eine Höhle. Ja. Oh mein Gott, hier ist eine Schlucht. Ich glaube, da war Ton drin in der Folge. Echt? Ich glaube, da war nicht drin. Ich glaube, die sind in der Nähe wahrscheinlich. Und meiner? Oder bei dir? In meiner. Ich bin in der Schlucht. Und da ist es schon Absidien gewesen, also haben sie Wasser drüber gemacht. Und ich weiß, dass Tom in der Schlucht war. Das war die einzige Folge, die ich angeschaut habe. Aber ich sehe sie nicht. Ich glaube, die sind nicht mehr hier. Es wäre so geil, wenn wir einen Feuerspekt auch bekommen würden auf die Schwerte. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Ich habe die Treppe. Ähm, ich habe es frei gemacht, okay? Okay, nice. Ich komme mal zu dir. Ich sammle immer weiter Dears. Ja, es wäre aber besser, wenn wir irgendwie zusammenbleiben. Ja, ja. Habe ich gerade deinen Gang verpasst? Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott. Ich dachte, er wäre Gegner. Oh. Ja, ich glaube schon. Ich mache immer einmal zu. Na, jeden Mal werden wir den Gang verlassen. Ja, wenigstens das. Verzaubern können. Okay, schön XP. Wieso nicht? Spitzhacken ist vorhin Schrott gegangen. Aber wir sollten langsam Dearspitzhacken machen, weil wir so rich sind. Erstmal müssen wir welche finden wieder. Wollen wir das machen können. Ja, Eisen. Ja, ich finde gerade On-Mast-Eisen. Das ist gut für uns. Können wir den Ambus bauen wieder. Okay, ich gehe mal in die andere Richtung wieder. Weil dahinten ist ein Sack, hast du dich. Die Schlucht ist da. Keine Sackgasse. Da hinten habe ich nur zugebaut. Also da, wo der Klinen Stone ist. Ja, die andere Seite ist eine Sackgasse. Also ist keine Sackgasse, aber die Schlucht. Soll ich dann zubauen? Ja, musst du nicht. Gut, dann helfe ich dir mal kurz, wenn ich hier durchkomme. So. Heim to farm, sagen sie. Wow, die haben einen Chanta jetzt erst. Wow. Ich habe schon Sharp 3, Alter. Wenn ich denen jetzt begegne, die sind so gefickt eigentlich. Außer man hat die Errüstung. Ja, das war ein bisschen. Alter, wir hätten schon in die Schlucht gehen können, wie wir die suchen können. Wäre schon Boss-Muff gewesen. Ist so. Eigentlich ja. Eigentlich könnten wir die bekommen, aber keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht. Das ist kein Echt Whisky-Sein. Jetzt haben die halt Vertaugungstich vielleicht eben. Aber jetzt ist es keine Ahnung. Ups. Sorry. Warte mal, ich brauche es einfach so. Du hast ein Eisen für mich. Ein Eisen. Ich habe... Okay, nice. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich scanne gerade die Begebung. Ich habe irgendwas bemerkt, aber das ist wieder nur ein Paranoia. Ja, das kenne ich gut. I'm to strike... What? Was haben die für Schwerter? Okay, die machen vielleicht dir Schwerter. Hatten da Versteinschwerter. Du. Du mal weiter. Time to strike. Wir sollten nicht lachen. Sonst kriegen wir noch was. Hier ist Erde, WTF. Ja. Ey, Junge, da war hundertprozentig ein Name. Jetzt ist er aber nicht mehr da. Echt? Junge, WTF. Ich bin auch paranoid. Soll ich Sicherheitshalber herkommen? Ne, alles gut. Ich habe mich eh versehen. Also ich sneaker nur, ich mache nix anderes. Ich hoffe, du hast mein Eisen aufgesammelt. Ja. Okay, danach habe ich kurz gesehen. Ich dachte so. Ich wette, hier liegt was. Hier liegt Dias oder so. Rieche es. Jetzt kommt jemand aus der Wand gekrochen. Was lächerlich finden. Ich habe so Angst die ganze Zeit. Ja klar, ich auch. Bei mir haben wir so ein kompliziertes Tunnelsystem gerade gebaut, hier. Ich höre Lava. Und ich weiß gar nicht mehr, wo du bist, aber... Ja gut. Entsneak mal kurz. Okay, keine Ahnung. LOL. Wir so weit auseinander sind. Das Gefühl jetzt, dass ich irgendwie gespottet wurde. Ja, ich auch. Weil ich entsneakt habe. Oh, die ist eine Höhle. Weiß nicht, soll ich zu dir kommen? Ich habe keinen Lack. Oh mein Gott. Ich habe gerade so Angst. Ich sneaker gerade in so einer Höhle rum. Bis. Ah, jetzt bräuchte ich mal dein Eisen. Scheiße. Ich hätte dir nicht alles geben sollen. Weißt du, wo du ungefähr bist, irgendwie? Ja, ja. Warte, ich komme zu dir. Also, ich habe zwar ungebratenes, aber... Was durch ist. Oh mein Gott, die wird ja schon gebaut. Hä? Ne Höhle. Ich komme wieder zurück. Okay. . Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ey, die sollen mal fighten. Junge, das will ich auch sehen. Stell dir vor, der in den Drang nach dem Fight, der kommt zu uns. End. Ja, solange wir zu zweit sind, können die sich selber jene auslöschen, die anderen. Ja, aber dann muss ich sagen, hatten wir wirklich Luck. Also, bin ich froh drum irgendwie. Wenn es so bleibt jetzt. Wenn wir weiterhin Dias farmen. Also, ich glaube, wir hatten genug Luck. Mein Internet ist abgeschmiert, dafür haben wir Luck bekommen. Oh mein Gott, Dias. Oh mein Gott. Hast du? Alter, ich rede gerade über Luck. Alter. Yo, shit, Junge. Fünf Stück. Ja, wenigstens etwas. Ach, mein Brustpanzer bei Flan schonmal voll. Ja. Ich hab gerade zehn Dias nämlich. Okay, nice. Das ist gut. Hast du zwei Teile, Flan zwei Teile, ich drei Teile. Dann bekommst du oder Flan wieder das dritte Teil, das nächste. Ja. Deswegen irgendwann alle drei haben, auf jeden Fall dann vielleicht vier. Mal schauen. Ja. Warte, ich grab mal in eine andere Richtung. Ja, ja. Dann auch irgendwann die Schwerter höher machen. Das war auch irgendwann die Hölle wahrscheinlich. Wenn du Eisen findest, kannst du gerne mitnehmen, wenn es auf dem Weg liegt. Eisen. Okay. Ja, für ein Amboss. Ja, das Ding ist, ich bin halt wirklich voll. Das ist... Scheiße. Mal ein bisschen Cobblestone auf. Dreadstone hier auch. Ich nehm das alles mit. Allein wegen dem Leveln. Ich hab so viel enchanten können, deswegen. Was? Dias. Wieder? Ja. Alter. Ah, nur zwei Stück, schade. Naja, passt schon. Grab mal rum, vielleicht findest du was. Oh, noch einer. Ja, sag ich doch, siehst du. Drei, vier. Junge. Hä? Komm, Alter, dann müssen wir mehr rausholen. Jetzt find ich das. Ich glaub, das waren alle. Findet's auch was. Ja, vier Stück. Okay, nice. Level 15 bin ich jetzt. Hab ich schon mal 14 Dias, 8 für den Frustpanzer, haben wir noch 6 über. Naja, also, auf jeden Fall, ich glaub, ich sollte meine Erwartungen vielleicht runterstellen, weil immer dann, als ich's nicht erwartet hab, kam ein Dias. Oh, wow. Das ist... War ich schon zu Ende. Ja, das heißt jetzt eigentlich vorbei. Nein, Trudor Tias, nein. Okay, ciao. Ciao. Na gut, Leute. Ähm, die Folge war... Nicht so spannend, aber dafür haben wir uns hochgefarmt, ich muss sagen. Top! Dieses Mal, wirklich gut. Auch wenn Flam nicht dabei war, wir haben für ihn was vorbereitet. Stimmt. Das kann doch was werden, wenn er hoffentlich wieder nächstes Mal dabei ist. Ja, und außerdem hab ich ihn freigebaut, hoffentlich steckt der jetzt nicht fest irgendwo so in einer 1x2-Säule. Da würd ich mich ausrasten, Junge. Das Problem ist, wir müssen ihn halt auch wieder finden, nächstes Mal. Ja, richtig. Ist halt schon weit weg. Ich weiß, wo das war. Okay, gut. Ich hab's noch im Kopf. Na gut. Ähm, dann würd ich sagen, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö mit E.